ha 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 und mit der dann schon zur ask zu estronea und diesmal macht man mir unser unterschlupf also so an den ding ist für den planeten für den exotischen mond genau und da sehen wir jetzt 6000 beats die wir verbrauchen haben wir da wahrscheinlich noch einmal da wird das andere schon eingepallert und Schrott haben wir schon gemacht. Da ist schon wieder Schrott rausgekommen. Da habe ich schon mal Quarz geholt. Da braucht man nämlich nur Schrott haben wir jetzt dabei wieder da vorne. Wir müssen jetzt noch ein bissel Harz holen. Müsst man ja wo wir das hergrillen. Deswegen fahren wir jetzt mit dem Buggy. Nehmen wir einfach mit. Es ist nämlich so fehl, dass wir es zum Schmeißen haben. Dann können wir gleich noch schauen was braucht man für das an oder? Das weiß ich nämlich. Ah nochmal genau. Kohlenstoffgemisch. Okay. Dann lass uns jetzt erst mal Silikon hier steigen. Jetzt rammen wir da weiter um ins Lager. So, da werden wir seit das ohne eigentlich schon fertig sein. Oh, das schaut aber komisch aus. Wir haben jetzt auch bloß eine einzige Ladung davon verbraucht. Das ist also Silikon. Okay. Wie ist es Silikon? Dann mach gleich mal das 2T. Und für 2T. Und für 2T. Und für 2T. Kohlenstoff. Und noch irgendwas. Kohlenstoff. Und Gemisch wahrscheinlich. Wir brauchen noch ein Gemisch. Das wäre jetzt endlich schwierig. Das wäre jetzt endlich schwierig. Dann fangen wir mal. Da hintere. Da könnte noch irgendwo was sein. Vielleicht da drunter irgendwo. Das ist immer das. Sollte das, was ich weiß. Oh, nein. Das ist ein riesiges Gebiet, wo es noch werden kann. Ich glaube, er wüsste was erfordert. Das ist nie schlecht. Ich habe schon wieder Komplots mehr. Anscheinend so weit, der auch schon wieder, weil das Ding dazwischen war. Sonst vernehmt man den Spot da. So. Schnell wieder zurück. Dann werden wir es fertig machen können. Also das ist schon eine sehr gute Erleichterung, dass wir den Weg dort gemacht haben. Aber wenn ich es dann mal irgendwann vergessen konnte. Grundstoffgemisch. Perfekt. Gut, dass man da nichts zusätzliches braucht. Dann können wir nicht mehr in unsere erste eigene Basebahn. Das ist schon komisch. Wie viel Sand es inzwischen einfach gibt. Jetzt mal hier. Oh, okay. So hat das gemacht. Staufe und... Ah, weil vielleicht auch kein Strom da ist. Richtig, deswegen. Okay. Was auf alle Fälle... Auf alle Fälle... Auf alle Fälle... Auf alle Fälle... Auf alle Fälle mehr Strom. Auf alle Fälle mehr Strom. Auf alle Fälle mehr Strom. Kurzzeitig zur Verfügung. Gut. Minimal. Okay. Okay. Ist aber schon fertig. So. Dann machen wir unseren erstes eigens... erstelltes... erstellt die Unterkunft her. Krass. Also das ist brutal. Ah, Schubbündel... Ich weiß halt nicht, wie man so ein Schubpacki macht. Kann das sein, dass wir das mit... Komprimieren können. Und den Ding verpacken. Hm. Da hat man aber schon komisch vorgekommen. Wenn es so easy gegangen hat. War schon ein bisschen komisch. Wenn es um mich nichts dir nichts einfach geht hat. Bis das fertig ist, kann man aber mal... Das ist auf Schrott-Suche, gell. Also auf kleine Schrott-Suche. Da müssen zwei so Dinger zusammengekommen. Und da muss ich so mit einem angeblich machen... Erstmal gehen wir mal auf die Richtung. Aber wie kann das jetzt auch drin sein? Das ist eine völlig intakte Plattform, ja brutal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, also schon mal eins. Das ist wieder so ein Teleportationsding. Bis man anschaut. Das kann ich nicht mehr mehr so. Ich würde das gerne mal machen. Ich glaube da braucht man wahrscheinlich drei Dinge. Dreimal Schwarzer Peter und dann dreimal Strom. Ich weiß nicht, dass ich das Ding nicht rauskomme. ob das überhaupt gelangt oder nicht interessant mal aufgehen mal gucken drauf ist wie viel braucht man dafür können wahrscheinlich bloß ohren schließen ja jeweils schauen dass man drei mittlere generatoren gründen wenn ich einfach unbedingt wissen was das ding da überhaupt macht das interessiert mich schon wenn wir schon so viel folgen wieder wissen wir noch nicht mehr was das teil überhaupt kommt dann in die richtung vorne weil da kommen wir her sonst zu können ich komme zurück und dann noch mal ein riesen Problem irgendwann zurückfinden und die wegfohlen die 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 mit dem die Musik ist immer so leise aber wenn es so laut macht dann ist es wieder so laut dass es wieder nur dies erst macht jetzt mal lauter gut so das so 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 Ich habe das Gefühl, dass ich nur so Kosmetik suche. Ich wollte schauen, ob es noch ein größeres Shuttle gibt. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass es noch ein größeres da gibt. Es gibt noch ein größeres. Da kann man bloß hoffen, dass man auch mal ein großes Ding hat. Dabei. Müssen wir das andermal? Das können wir nicht mal schreddern. Aber können wir das Aufbau schreddern? Das ist die andere Frage. Wahrscheinlich auch nicht. Das ist auch wieder zu groß jetzt. Das muss man in der Garten zu nutzen. Stellen wir mal hier hin. Das ist eh schon wurscht. Aber dieses müssen wir dann drauf machen. Dass wir das nicht verlieren oder anschalten. Oder sonst was. Hmmm. Aber bevor wir jetzt dieses machen. Nein. Ich würde ihn sehr gerne. Das war sowas aber dieses Menument noch so sinnlos. Das braucht man für den Aluminium Wolfram. Mehr Wolfram da. Eisen. Zink. Kupfer. Kupfer. Wir haben kein Wolfram. Das sind wirklich 3 für das. Wie viel kriegen wir dann? 2. Da ich das sowieso ein bisschen sinnlos finde. Vor allem mit diesen Dingen. Nein. Ach da kann ich zwar so eine Glätsäge stellen. Das ist natürlich cool. So. Schon können wir uns das holen. Was wir brauchen. Wolfram mit. Jetzt. Da braucht man zwar noch eins. Aber das können wir uns mal noch sagen. Da braucht man jetzt vorerst mal nur. Ich weiß es nicht mehr wie groß die werden. Zwar so an. Kann ich das nicht tun einmal? Oh. Oh. Wo fährt jetzt wieder ganz wenig. Was ist das da? Oh. Tja. Hey, ich wusste mich alles irgendwo. Ja. Da haben wir ja mal wieder um sonst was rausgeschickt. mittelgroßer generator das muss dann noch organisch sollen dass man kohle machen können und dann können wir uns schauen was das teil macht ich denke dass man noch mehr perfekt perfekt zu mitnehmen ich brauche jetzt gar nicht überhaupt tut mir leid 2 Das kann sich jetzt wieder ausstecken. So. Wo ist das Buggy? Auf den anderen Seiten. Wollen wir mal kurz ein paar Organisch, wenn wir es in den Ofen schmeißen können. Ups. Dann lassen wir es bei 3. Dann lassen wir es bei 3. Dann ist es auch schon gut. So. Dann kommen wir da hinten. Wie ich es hasse teilweise. 3 Kohle bitte. Dann können wir nämlich nur noch mal hinten reformen. Nicht blockiert. Dass da was fertig ist. So. Strom muss Zeit zum Wünschen übrig. Deswegen. Ich habe das Gefühl, Kohle wird noch sehr. Klingt sehr zentral in unserem Let's Play. So viel wir jetzt schon brauchen. Ich frage jetzt auch, ob das jetzt für immer der Aufschluss sein muss. Und jetzt, wenn wir etwas brauchen, dass wir mit einer Stromhilfe führen müssen. Oder ob das, wenn wir jetzt einmal in den gelangt. Das ist auch etwas, was mich jetzt ziemlich interessiert eigentlich schon wieder. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das Ding da hinten. Da ist das klar. Da ist das klar. Ja. Da hinten eben. Wo war das? Da. 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 Das war die Königin. Ah ja. Beispiel schlimmer. So. 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 Kleine Droppe. So. So. Jetzt haben wir es nämlich so, dass es so laut ist. Dass sie selber sehe, dass es laut ist. Das ist genau das, was ich meine. Entweder ist es zu laut oder ist es zu leise. Oh, oh. Wie, wie, wie. Soll ich mir das echt mal da aufstehen? Soll. Oh, da wieder Strom. Ich glaube, ich sie immer Strom brauchte. Das ist eigentlich heuer, oder? Ja, wir haben keinen Strom hier. Soll ich mir das Ding noch mal konstruieren? Ich habe das Ding noch nicht gemacht. Das Ding hat alles. Da geht der Guckabind. Ey, da möchte ich mir was machen. Da, wie wurde ich das Kopf? Nichts mit's verurschen, mach ich dazu den kleinen Generator auch noch, den wir schon so weit haben, dass ich den kleinen Generator machen muss, und die scheiß Plattform dazu machen. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen, die wir hier sehen. So, jetzt können wir jetzt endlich umfahren und der Generator jetzt, das ist genau das, das war's, das war's, das war's, das war's, Okay, ich muss ein Mord hier. Ich muss ein Mord gehen, ich muss ein Mord gehen. So, jetzt aber die Hitze müssen jetzt funktionieren dann. Oh, nee. Oh, Scheißerei. Aha. Ah. Tut auch alle Fischöne noch. Letzte Plattform. Oh, oh. Spassiert. Oh, das ist ja so. Ich habe mir fast gehabt mit einer hohen Marke, ne? Ehh, okay. Was passiert jetzt hier? Oh. Oh. Erster Schritt in eine größere Welt. Oh. Einartiger Stein. Oh, okay. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist denn das? Geil, das sind dies bitte Okay Kommen wir jetzt wieder Nehmen wir mehr oder weniger Dies ist ja mal mega geil Dunkler Schritt Punkt 4 Okay, die muss man Olli aktivieren Anscheinend kann man die dann Sie dann einfach hinporten Ist das Olli, da ist das geil Okay Da müssen wir auf alle Fälle mit unserem Roboter-Ding da mal herkommen Müssen wir das verweiden Anschauen, wie das ausschaut Olli Die sind mal fett Ich glaube, wir wissen, was wir machen müssen in Zukunft Das ist schon mal abartig hart Gut, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann haben wir uns zum nächsten Mal Also, hauvi diri Ja, wir sehen uns zum nächsten Mal Ja, wir sehen uns zum nächsten Mal